Leonidas Polk, genannt The Fighting Bishop, war Bischof der Episkopalkirche der USA und übernahm im Sezessionskrieg als General ein Kommando im konföderierten Heer, Leben. Der Cousin des Präsidenten James K. Polk war Westpoling Absolvent des Jahres 1827. Er schloss die Akademie als Achter seines Jahrgangs ab und diente bis zum 1. Dezember 1827 als Leutnant in einer Artillerieeinheit des US-Heeres. Bischof Richard Schenningmore weihte Polk 1830 zum Diakon und ein Jahr später zum Priester. Nach seiner Heirat mit Francis Andeverauks diente er an der St. Peters Church in Columbia, Tennessee. 1841 zog Polk mit seiner Familie nach Louisiana und wurde dort Bischof. 1856 war er einer der Mitbegründer der University of Addison's Ebene, Tennessee. 1861 entschied Polk sich für den Militärdienst und wurde als Generalmajor Befehlshaber im Wehrbezirk II unter Albert S. Johnston. Polk organisierte die Mrs. Eppie Armee und einen Teil der Tennessee Armee, deren I. Kohl als kommandierender General mit dem Dienstgrad Generalleutnant führte. Mit seiner Beförderung zum Generalleutnant war Polk zum zweitältesten Soldaten mit diesem Dienstgrad nach James Longstreet avanciert, was ihm einiges Gewicht bei der Vorbereitung von Entscheidungen einbrachte. Polk nahm an den Schlachten von Belmont, Shiloh, Chicamauga und Periville teil und war auch am Stones River Feldzug beteiligt. 1864 kommandierte er konföderierte Truppen unter Joseph E. Johnston beim Angriff Sermans auf Atlanta. Vor der Schlacht am Kennesow Mountain wurde er bei der Geländeerkundung durch eine Artilleriegranate tödlich verwundet. General Sermann erwähnte Polks Tod in einem Bericht an den Kriegsminister Edwin M. Stanton W. Killed Bischop Polk yesterday and have my good progress today. Tod und Familie Polk wurde in der St. Polks Episkopal Church in August dabei gesetzt. 1945 wurden seine sterblichen Überreste nach New Orleans überführt, wo er in der Christchurch-Cathedrill bestattet wurde. Polks Neffe, Lucius E. Polk diente als General und sein Sohn William Mecklenburg Polk als Hauptmann im Konföderierten Heer. Sein anderer Sohn, Frank Polk, diente als außenpolitischer Berater im Außenministerium während des Ersten Weltkrieges und wurde der erste Undersecretary of State. Fort Polk in Louisiana ist nach Leonidas Polk benannt.